das ist jetzt mir erst mal das ist kacke okay okay jetzt muss ich handeln pause erst einmal würde ich gern wissen was der zwerg hat das ist nicht so wichtig wie zwerg du bist bewusstlos warum zur hölle reports expo haula der farmer ist fighting turkey hennes fighting expo was hast du für ein request dort das war falsch jetzt muss ich mal gucken was ist mit den ganzen leuten hier los pickel die ist dwt drowsy und thirsty ist es okay da ist noch einer stil mein stone ich muss den farmer finden teilt da ist einer teilt der da der braucht ein setting request und jetzt muss ich mich dringend um das lama stück da kümmern klaim view conglomerate coating forbid claim forbid claim ist das jetzt mein nee das ist mein mechanik ich will das nicht so gut dass ich damit erst mal ausbreitet Dwarves gettereft Dwarves ignore refuse from outside save corpses dump corpses gettere animals getter bodies das mit dem jasper finde ich nicht so toll vor allem dass niemand nach denen da guckt da oben warum auch immer ein kind mit einem mechanik im selben bitt schläft das mir erstmal hat zum glück nachgelassen weißt du was designation buildings dann gebe ich einfach einen reclaim ich gebe dampf befehl darüber so das ding soll mal gedammt werden was ist mit dem kind da du bist auch bewusstlos hast aber keine wunden zeig mir noch mal den hier status toughs and preferences her left floating ribs are broken wie hat sie das klub sie wahrscheinlich ist sie mit irgendwas hingefallen und hat sich die rippen gebrochen sehr schön deswegen konnte sie auch ihr tier nicht behandeln bau mir mal mehr betten hier oben bitte so und daneben tables so und mach die zone bitte wieder zu der hospital zone gut okay da ist schon mal wieder bei bewusstsein den anderen müssen wir gucken dass wir ihn endlich mal dass wir ihn ins bett kriegen was ist mit dir du bist immer noch drausie du bist immer noch angeknackst wobei mein farm und der da was brauchst du denn needs setting du hast was gebrochenes also ja eigentlich müsste dich jemand mal ins bett bringen das wäre gar nicht mal so schlecht nehmen wir mich nicht anders und einfach aus nächsten liga aus lust und laune auf boden schläfst okay die das scheint gut auszusehen äh zonen weg 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 alles weg so wie sieht es in der küche so aus trinken sieht nichts mehr so gut aus trinken wurde ja glaube ich sogar abgebrochen für die unterbrechung ich hoffe das war jetzt nicht zu lange ich bin nämlich aus Versehen wieder auf die aufnahmetaste gekommen nein waren nur 20 sekunden ihr habt also nicht wirklich was verpasst entschuldigung man merkt ich bin gerade ein bisschen gestresst was meine verwundeten angeht weil zum beispiel mein weapon immer noch in einem bett liegt neben einer traction bench und allem und ich mich nicht um sich der doc nicht um ihn kümmert und auch sonst niemand und ich weiß wie ich hier auf die traction bench kriege und in meinem krankenhaus liegt ein bewusstloser farmer den ich auch nicht da weg den der auch nicht ins bett gebracht wird was sagen eigentlich meine stocks über quatsches und so was ich machen sollte vielleicht 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 hilft das ja um was brauche ich dazu ich muss bauen wie heißt das ding container h nimmt die box so weg also im cobox glas box aluminium nest box bin hilft nicht ich muss das muss ich jetzt kurz im meistens workshop gucken wahrscheinlich gib mir mal eine mason tron koff hin ist und sagt great and great wahrscheinlich bauen wir mal ein great bitte und wenn wir schon dabei sind q rock blocks noch mal 30 stück so d b wie claim das hier alles mal bitte so jetzt lassen wir mal wir kriegen wir suchen unseren zwergen brüdern das muss ja auch noch jetzt passieren kurz da 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 kraft das 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 und twitter request und jetzt wollte ich building einen farm plot so 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 einen farm plot bitte dankeschön und pause wieder weg und wir haben mal wieder einen dieb gefunden goblin dieb okay die goblins kommen das ist schon mal nicht so toll wir haben ja noch einiges was wir uns und mit unseren jungs hier machen müssen und zwar werde ich das so machen zwei monate sind sie im dienst also trainieren sie und zwei monate haben sie keine schedule dann haben sie frei genauso und jetzt gehen wir auf squads die sind aktiv training sonn das muss ich aber wirklich dringend mal gucken dass ich hier das hier auch klar kriege erstmal natürlich noch ein dump request verteilen hier oben sollte ich auch mal dump requests verteilen ich habe hier jetzt zwerge die nichts machen mehr als genug so das kann alles gedammt werden die hier hinten auch und die dazwischen auch so und niemand kümmert sich um den kranken zwerg hier ich meine der liegt auf dem boden rum was ist das hallo ihr geht da neben dem ihr pennt im krankenhaus verstehe einer die zwerge und wir brauchen immer noch unseren trader am depot ja nicht so toll gut gut designation mining obwohl es wäre einfacher wahrscheinlich die hier alle zu füllen die tempos lassen übrigens wieder nach sehe ich gerade das ist aber jetzt gerade nicht so wichtig wie mache ich das jetzt am bescheiden jetzt ich jetzt 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 jetzt